Herzlich willkommen bei einem neuen Meditationserlebnis und heute geht es um die Gefühle, um die Emotionen und um die Konsequenz. Was bedeutet das zusammen? Auf der einen Seite schauen wir mal, dass wir die Klarheit bekommen, um aus Emotionen auszusteigen und zu erkennen, wo kommen die denn her, warum empfinde ich diese Emotionen und auch Gefühle hinter uns zu lassen, damit wir wieder freier werden. Denn eine Emotion, das soll sich ja immer bewegen. Und wenn man immer dieselben Gefühle in Bezug auf eine Person hat, dann sind das meistens Verletzungen oder Blockaden. Also das kann man sich immer denken, immer wenn man gleichempfindet, bei einer Person ist man verletzt, hat man Blockaden, steckt man irgendwie fest oder es ist halt eine Beziehung, die keinen anderen Raum lässt. Und dann sollte man sich sowieso auch überlegen, ob es nicht besser wäre, da ein bisschen weiter zu reisen. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, Emotionen, das Hauptproblem ist, wir nehmen die oft viel zu ernst, diese Emotionen. Und wir nehmen uns selber viel zu ernst und wir nehmen unsere Situationen viel zu ernst. Das heißt, ich würde dich jetzt mal einladen, ein inneres Lächeln zu generieren. Also stell dir einfach mal vor, vom Bauch aus, dass du ein breites Lächeln hast und wirklich strahlst. Stell dir das mal vor, innen in deinem Bauch ein Lächeln, strahlen. Ein Ha 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 ha, ein Ho 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 ho, ein Hu 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 hu. Einfach mal Freude, Lächeln, Strahlen. Und du kannst auch gerne die Augen schließen, wenn du möchtest. Und du schaust mal, dass du dieses Lächeln, dieses Strahlen mal spürst und spür mal, welche Farbe hat denn dieses Lächeln, dieses Strahlen. Ich muss da immer an die Sonne denken, aber vielleicht fällt dir was anderes ein, vielleicht bekommst du eine andere Farbe rein. Und du strahlst und erstrahlst in deinem Inneren. Wie fühlt sich denn das an, wenn in dir alles zu leuchten beginnt? Du freust dich von ganz tief in dir drinnen. Und vielleicht spürst du jetzt schon gewisse Frequenzen, gewisse Bereiche in dir, wo du das Gefühl hast, dieses Strahlen, dieses Lächeln kommt gar nicht hin. Da ist ein bisschen was angespannt, da ist ein bisschen was, ein bisschen schmutziger, ein bisschen belasteter. Aber das ist momentan völlig in Ordnung, da kümmern wir uns später drum. Du konzentrierst dich einfach mal auf dieses Lächeln. Und dieses Lächeln bedeutet Leichtigkeit. Leichtigkeit. Leicht sein. Und mit dieser Leichtigkeit stehst du auch über den Dingen. Und vielleicht fallen dir Dinge ein, wo du gefangen bist. Beziehungen, wo du gefangen bist. Situationen, in denen du gefangen bist. Vielleicht auch ganz vergangene Geschichten, wo du das Gefühl hast, da steckt noch in dir drinnen. Leichtigkeit über den Dingen stehen. Lachen. Lachen. Leichtigkeit über den Dingen stehen. Und nun erlaube dir zu allererst einmal in diesem Lachen, in diesem Leichtigkeit, in diesem über den Dingen stehen, die Schwere aus deinem Leben zu lösen. Was beschwert dich? Was macht dich schwer? Was bedrückt dich? Was unterdrückt dich? Was übt Druck auf dich aus? Nimm mal Schwere wahr. Und erlaube jetzt, diese Schwere, dieses Bedrückende mit Hilfe deiner Leichtigkeit und deines Lächelns zu transformieren. Und wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht genug Lächeln, genug Leichtigkeit in dir, dann fließt jetzt aus der geistigen Welt Leichtigkeit in dich ein und transformiert mal diese Schwere und du spürst, dass du immer klarer und entspannter wirst und dass diese Schwere sich transformiert und in dieser Energie, in dieser Leichtigkeit, die jetzt entsteht, entsteht auch gleichzeitig Struktur. Denn die Schwere, die du eben gelöst hast, hat auch deine innere Struktur ein bisschen unter Druck gesetzt. Es entsteht Klarheit in dir. Stabilität in dir. Und spür jetzt einfach mal, und das spielt keine Rolle, wie alt du bist, spür einfach mal, wie viel Ballast und Schwere und Stress auf dich geladen würden, oder wie viel Schwere und Stress du auf dich hast laden lassen, wo du dich belasten hast lassen. Und all diese Schwere, all diese Bedrücktheit, all dieses Gefangensein, Verfangensein, darf sich jetzt transformieren. Es gab eine Zeit, da war ich ohne innere Struktur. Da orientierte ich mich an der Struktur oder manchmal auch nur Pseudostruktur in meinem Außen. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Ich erlaube mir, meine innere Struktur und Klarheit zu aktivieren und damit auch jegliche Sentimentalität und Emotionalität zu lösen und mich selbst zu erlösen. Alle Sorgen aller Neid, alle Missgunst, alle Kleingeistigkeit darf jetzt aus meinem Leben verschwinden. Und spüre jetzt mal, wie du klarer wirst, wie deine Struktur, deine Stabilität immer bestimmter wird, und sich immer klarer in dir formt. Und in dieser Struktur, in dieser Stabilität, liegt immer noch diese Leichtigkeit und das Lächeln. Ich möchte mir selbst vergeben für alle Emotionen, die ich zu meinen gemacht habe, die nicht zu mir gehört haben. Ich möchte mir vergeben, dass ich diese weitergetragen habe, genauso wie ich darum bitte, dass sämtliche Emotionen, die ich zu jemandem geschickt habe, die dort nicht hingehören, zu mir zurückkommen. Dass ich aussteigen kann aus diesen ewigen Energiespielen, wer bekommt was, wer nimmt was, wer gibt was, wer empfängt etwas. Und ich erlaube mir jetzt, alle Menschen, sämtliche Lebewesen vollkommen zu erleben. Niemand braucht von mir Energie und ich benötige von niemandem Energie. Niemand braucht von mir Emotionen und ich benötige von niemandem Emotionen. Und nun gestatte dir diese Angst, alleine zu sein, diese Angst, nicht dazu zu gehören, die jetzt in dir auftaucht. Mit einer mächtigen Energie der Leichtigkeit, der Geborgenheit und des Trostes zu empfangen. Und erlaube dir wirklich dieses Gefühl, ich bin alleine und ich will nicht alleine sein, dieses Gefühl, diesen Mangel zu lösen. Und erlaube dir wirklich dieses Gefühl, ich bin alleine und ich will nicht alleine sein, und mach dir bewusst, wo du diesen Mangel gelernt hast. Dieser Mangel ist nicht deiner und ich lade dich dazu ein, mit einer kristallklaren Bewusstheit, mit dieser inneren Struktur, ganz nüchtern zu betrachten, wo kommt die Angst, alleine zu sein, her. Kommt die von deiner Mutter, kommt die von deinem Vater, kommt die von deinem Partner, von der Partnerin rein. Wo kommt diese Angst, alleine zu sein, her? Und diese Sehnsucht, ja, nicht alleine zu sein und sich deshalb all das wieder aufzubürden, was man sich so aufbürdet. Ich bitte jetzt um die Gnade zu erkennen, dass ich nicht alleine bin. Ich bitte um die Gnade zu erkennen, dass ich dieses geliebte Kind Gottes bin. Ich bitte um die Gnade zu erlösen und mich selbst zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen, um die Gnade zu erlösen, um die Gnade zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen, um die Gnade zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen, um die Gnade zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen. Ich bitte um die Gnade zu erlösen. Ich bin nicht unendlich zu sein. Aber ich kann diesen Weg in meiner Energie verbringen. Und in dieser Kraft, in diesem Licht, werde ich immer mehr und mehr eins mit allem, was ist. Meine emotionale Ebene reinigt sich und in mir entsteht eine kristallklare Struktur, die eindeutig unterscheiden kann, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Und in dieser Klarheit, in dieser Kraft, lade ich dich nochmal ein, dich auf dein Lächeln zu besinnen, dieses tiefe, innere Lächeln. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch jetzt in deinem Gesicht lächeln. Und spür mal, wie das korrespondiert, dieses obere Lächeln und dein inneres Lächeln. Und du spürst, wie Stress von dir abfällt. Wie du immer mehr Freiraum und Freiheit gewinnst. Und wie du in dir absolut klar und zentriert bist. Jegliche Anstrengung fällt von dir ab. Und du wirst eins mit deiner Wirklichkeit. Du darfst nun, nachdem dein Unterleib, dein Bauchraum, alles stabil ist, auch alte Verletzungen in deinem Herzen abgeben und lösen. Du hast Struktur und Leichtigkeit. Und dort, wo sich dein Herz aus Scham oder Gram oder Trauer zurückgezogen hat, dehnt es sich wieder aus und alles Fremde, wird aus deinem Herzen gereinigt. Und du spürst jetzt die Unberührtheit, die Unverletzbarkeit deines Herzzentrums. Und du gliederst diesen unverletzten Teil in der Energie der Eigenliebe. Du hast die Leichtigkeit, die Struktur und die Eigenliebe. Und du spürst jetzt, dass diese Kombination aus Struktur, Leichtigkeit, Lächeln und Eigenliebe dich nach oben hin erhebt und auch deinen Kopf, deine Gedanken freimacht für Intuition. Lächeln, Leichtigkeit, Struktur, Eigenliebe, Intuition. Und in dieser Energie wandelst du dein Feld, all deine Körper. Und du spürst, dass du jetzt voller Klarheit steckst und du spürst, dass du alte Emotionen weit hinter dir gelassen hast. Alte Anspannungen, Streitereien, Quereleien, all das liegt weit, weit hinter dir. Und du gestattest dir jetzt, Danke zu sagen. Im Hier und Jetzt Danke. Und schau mal, ob du das schaffst. Stell dir vor, du lächelst zum Himmel hoch, zum Zentrum des Universums. Und dieses Zentrum, dieser Ursprung lächelt zu dir zurück. Atme noch mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt diese Klarheit, diese Struktur zu erden, das Lächeln zu erden, die Eigenliebe zu erden, die Inspiration und Intuition zu erden. Spür, dass du jetzt nach und nach sämtliche fremden Emotionen, fremden Vergiftungen aus dir ausreinigst. Die Energie läuft. Aber du kannst natürlich sonst diese Meditation auch wiederholen. Aber dieser Prozess läuft weiter. Du bist behütet und beschützt. Klar, kräftig geheilt. Und du atmest noch einmal tief ein und wieder aus. Und du atmest noch einmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich bei deinem inneren Lächeln, bei deiner inneren Leichtigkeit. Und mach dir noch einmal bewusst, dass du jederzeit zu diesem Lächeln zurückkehren kannst, dass das immer da ist. Auch wenn du das Gefühl hast, es nicht so zu bemerken. Und bedanke dich jetzt noch einmal bei deiner Intuition, bei allen geistigen Helfern und Führern, die dich während dieser Reise begleitet haben. Und spür noch einmal deine Klarheit, Nüchternheit, Struktur, Leichtigkeit, aber auch Freiheit. Und du atmest noch einmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch und bewegst deine Arme und Beine. Und kommst dann genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du öffnest deine Augen. Und wenn du möchtest, lächelst du noch einmal nach. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Ich freue mich auf deine Erlebnisse unten in den Kommentaren. Schreib es mir gerne rein. Und lass mir auch gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Precis ist z կ Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020